In dieser Trainingseinheit befassen wir uns mit den Bandschleifern PBS-75A und PBS-75AE von Bosch. Das Universal-Modell PBS-75A und das Expert-Modell PBS-75AE ersetzen das gesamte bestehende Sortiment an grünen Bosch-Bandschleifern. Alle bisherigen Zubehörteile der Bosch-Bandschleifer können auch auf der neuen Generation verwendet werden. Beide Bandschleifer zeichnen sich durch eine optimale Ergonomie und eine enorme Abtragsleistung aus. Der Bandwechsel geht schnell und problemlos. Zu beachten ist dabei die korrekte Laufrichtung des Bands. Die automatische Bandzentrierung kontrolliert selbsttätig den korrekten Lauf des Bands und verhindert somit ein Verlaufen des Schleifbands. Die Endposition, auf der das Band zentriert werden soll, kann individuell eingestellt werden, sodass auch randnahes Schleifen möglich ist. Durch die elektronische Regelung des PBS-75AE kann die Bandgeschwindigkeit optimal an das zu schleifende Material angepasst werden. Dadurch setzen sich zum Beispiel beim Schleifen von Farben die Schleifbänder nicht so schnell zu. Und nun viel Spaß mit den Bandschleifern PBS-75A und PBS-75AE von Bosch. Das wird richtig bilden. Vielen Dank.